Hallo da draußen. Heute gucken wir uns an, was es für Let's Player von EA-Spielen auf YouTube zu beachten gilt. Und natürlich auch alle anderen, die Bildmaterial aus EA-Spielen auf YouTube verwenden wollen. Auf EA.com kann man sich seine eigene sogenannte Duldungserklärung erstellen. Link ist in der Beschreibung. Diese gibt einem die Erlaubnis, Bildmaterial zu verwenden und sogar auf YouTube zu monetarisieren, also Werbung darauf zu schalten. Allerdings mit einigen erheblichen Einschränkungen. Die größte ist wohl, dass der Soundtrack der Spiele nicht von der Erklärung gedeckt ist. Es darf also nur das Bildmaterial ohne Ton verwendet werden. Das liegt vermutlich daran, dass in einigen Spielen Musik verwendet wurde, an denen EA nicht das Urheberrecht hat und EA einem natürlich nicht erlauben kann, diese hochzuladen. Außerdem darf auch kein Material aus Spielen, die sich zum Beispiel noch in der Beta-Phase befinden, genutzt werden. Altersbeschränkungen oder ähnliches gibt es für die Duldungserklärung nicht. Wenn euch das geholfen hat, abonniert uns doch und bis zum nächsten Video von Orange on Black.